Ja moin, nach meinem morgendlichen Kaffee im Garten geht es heute eine Runde segeln. Jetzt wollte ich Laser segeln. Sind die alle schon hier? Das ist mein Boot. Ja gut, dann muss ich halt mit unserem großen Schiff segeln. Das ist mein Boot. Ja und irgendwann ließ dann der Wind nach. Ich habe keinen Wind mehr. Dann habe ich die Segel eingepackt und beim Segel einpacken ist mir fast mein Airport ins Wasser gefahren. Ja gut, tschüss den Anglern sagen und weg.